Das ist der Unterschied im Denken. Während Elon Musk der Welt zeigt, dass eine Rakete sogar wieder rückwärts einparken kann, führen wir hier in der EU die Trinkflaschen ein, wo man jedes Mal beim Trinken irgendwie... Das ist unsere Innovation und die machen da Spaceship. Das ist der Unterschied im Denken. Insbesondere der Unterschied im Denken zu Jens Spahn. Jens Spahn hat mitgewirkt an der Einweg-Kunststoffen-Kennzeichnungsverordnung. Am 10. Februar 2021 war es seine Kanzlerin, die diese Verordnung auf den Weg gebracht hat. Jetzt sind Habeck und Scholz schuld.